So Leute, dann sind wir wieder bei Let's Play Hauswohn Rant of Menor Alper Ja, vieles passiert, vieles geschafft worden Und nun haben wir Sonntag den 13. Sommertag Wir warten natürlich wie immer auch Karren Und ja, wir haben natürlich zwei Hühner unser Haus wird ausgebaut Ja, heute will man den Bähner Ja, die Michte sind alle mit uns gebunden Wir sind jetzt allesamt, alle, 7, 6 und 4, 3 Ne, 7 muss doch sein Wir haben es eigentlich geschafft, oder doch, achte Ach, keine Ahnung, wir haben ja es geschafft Zeug, dass man sagt Hm, da bin ich eigentlich relativ gut zufrieden Können wir eigentlich schon das nächste ansteuern Die nächsten, also wir können ja bloß 4 Hühner haben Das mache ich jetzt dann Und ja, das ist also cool Flühe, Schafe und so weiter, können wir jetzt ansteuern Werkzeug aufrüsten und so weiter und so fort Und damit können wir jetzt eigentlich wieder Holz machen Weil die Axt müssen wir jetzt hier auch Maximum bringen, irgendwie Wobei das Aufrüsten natürlich nicht ganz pittig ist Das wäre alles um tausend Ha, ich hab's mir gemerkt Und Tomaten gibt's natürlich auch im Überfluss Und Tomaten gibt's natürlich auch im Überfluss Ich hab's mir gar nicht daran mangeln Na, so So, da haben wir's gleich Das sind zwar noch ein paar Baumzunkel Bei einer anderen Mine, aber das ist ja nicht ganz so wichtig Hauptsache, wir haben die hier Und das ist jetzt eigentlich dann schon wieder Galer, sieht gut aus Und das ist jetzt eigentlich dann schon wieder Galer, sieht gut aus Das geht jetzt, jetzt haben wir noch Können wir das Gras noch ein bisschen wegschmeißen Äh, ja, wegschmeißen Zum Passant-Gam Und dann haben wir natürlich das auch schon wieder Jaaaa Meins, meins, meins So, dann kommt er doch klein Äh, die bleibt drin Wir haben jetzt, äh 2.052 Ja, das ist immer eigentlich ganz gut dabei Ich dürfte jetzt nicht Äh, sehr viel gegeben haben Jaa Die ganze 500 gab's Aber das ist leicht Das ist leicht Das ist leicht Genau, das ist leicht Das reicht ja Was braucht man denn mehr? Also, zumindest jetzt erstmal Wir müssen ja dann eh noch ein bisschen sparen Weil Kommt ja dann noch der Shopping-Kanal dazu Wenn man Morgen oder übermorgen Unser Haus ausgebaut kommt Hab ich Und das kostet nochmal ordentlich rein Und das kostet nochmal ordentlich rein Denn das ist nicht ganz billig Da gibt's ja natürlich hier den Kreis Also Küchengeräte, Steingebetten Und 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 bevor Da bis ich noch gar nirgendwo je anfangen soll Na komm Förder resistor Und ich muss ja auch tännchen Questionen crew Für Wache wonder ist auch しょ Fisch weil ich kann dann eigentlich mehr machen, weil ich habe ja da nicht alles, alles ist ja dann weg, da kann ich einen Blitz hier runter machen. Das wird dann schon richtig genial. Oh, ich bin bald kapisch. Und ich muss das mal so gewichteln, so zu einem Ziegen. Was? So, nur mal kurz cheaten. Das war's, Leute! Noch mal bescheiden, aufgedeutsch. Na doch, ne, morgen ist das, glaube ich. Äh, schweres Gewitter. Schlecht. Schlecht, außer... Verdammt. Gut, da haben wir also die erste Aktion. Wir müssen ein Fragebuch... Fragebuch lesen, ja. Weil ich... Es ist jetzt gemein, aber ich muss es einfach so machen. Theoretisch dürfte jetzt kein Regen kommen. Verdammt, 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 verdammt. Also rein theoretisch. Da gibt's immer nur theoretisch. Genau. Das ist das so genial. Das ist so genial. Das ist so genial. Ich muss das so abfeiern immer. Das ist eigentlich so ein Beschiss, aber... Man kann's halt nicht anders machen. Wenn ich hab' nur meinen. Wenn's... Würde es wirklich so gewesen wäre... Äh... Verblicken das. Was? Nein! Nein! Scheiße! Verdammt! Ich hab' ja die Blumen vergessen! Ich hab' ja die Blumen vergessen! Och, kacke! Nein! Nein! So ne Scheiße! Dammit! Oh, kacke! Oh, kacke! Alter! Schöner! Also nur die Blumen, da kann man in der Winter rein lassen. Auch der Kopf ist so richtig fertig. Ein theoretisch ist ein Kind der Sturm augegen, oder wo es mir oder soll nicht. Oh, danke! Oh, danke! Oh, danke! Genial. Ach ja, ach, wie schrecklich gerade. So, dann natürlich, wie, servus. Obligatorisch, die Kräuter natürlich wieder für den Wichteln bringen. Ah, was? Ja. Oh, das ist ärgerlich, Alter. Das ist schweinemäßig ärgerlich gerade irgendwie. Habe ich den Honig verballert? Ach nee. Ah, du kannst mehr an mir noch ein bisschen, weil was. Und dann noch mal Kuiper. Das ist ja das mit der Zublieben. Und, ach, 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 ach. Das war's nicht. Oh, zack, 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 genau. So, den geht's gut. Äh, komm her! Ich kann es nicht da rein! Äh, komm her! Na, komm her! Na, komm her! Komm her! Na, komm! Na, komm! Oh, morgen ist... also theoretisch morgen, also Hausausbau fertig und... Mai ist fertig. Jawoll, so! Ah! Oh! Boah! Alter, du doofes Tier! Trennt das mir voll in die Fische rein, Alter! Mit Sensor, Alter! Wow, Alter! Alter! Alter Schwede, ey! Das ist ein Kamikaze! Wenn jemand eine Katze fährt! Oder wie mein Pony! Das klingt unter Dings! Und da rein! Ah, vielen Dank, das kann ich gebrauchen. Und bevor ich... Ah, scheiße. Ah, na gut, jetzt muss man es brauchen. Egal, wir müssen halt morgen mal einen Tank aussetzen. Aber es ist einfach mal später geben zu können, denn ich will ja alles aufs Maximum haben. Ich will ja, wirklich vor, jetzt, ich will jetzt zu viel, wenn es wirklich vor so ist. Ja, wenn ich mich jetzt auswachen kann. Scheiße. Oh, das noch. Scheiße, das fällt mir jetzt genau ein. Äh, äh. 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 Jupi. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017